Sommerabend Du, Erdbeer, wann machst du denn mal wieder Marmelade? Du, Johannesbär, sei meine ganze Sauer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja So kam es, dass sie mich seit Vergangen mit Kekzaren Hab ich Ihnen erzählt von meinem Leben Oh 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 Staublemäre Schaueham Wir mal ein bisschen Himbeergeiß, dass du wieder wieder bist Dass du ein Blaubeer bist, das braucht man ja keinem verfallen Du hast ja schon wieder eine Fahne. Du hast Zeit noch. Du hast schon wieder den Erdbeerleim ausgesucht. Johannes, ich hab doch noch eine Flasche dabei. Danke. Du, Erdbeer, geh mal mit. Ich mag dir was zeigen. Der Knie. Du hast es wieder eine Haube. Du hast ja gesprochen. Sehr gut, ich hab dich Encounter. Du hast ja eine Worte mit der Flasche, Entschuldigung, du hast ja noch eine Haube. Die Stücke ist im Haube. Der Knie. Der Knie ist in der Zeit. Ein Beschenkochen. Halt, Ausweise. Ihr kommt da nicht rein, Bärenparty. Warum? Weil das eine Bärenparty ist und in eure Ausweise steht das anders da drin. Aber wir sind Bären. Schau mal da, das sind die Minar-Lichter, die gibt es nur da bei uns am Weißwurst-Aquator. Erdbeere, dein Erdbeerleim ist einfach der Beste. Du bist so süß. Ach, Brombeere. Aber ich komme vom Weißwurst-Aquator, sogar die Preisenbären ist drin. Und wen ist das Okt? Das ist schon ein wenig Freude mit dem damischen Hund. Entschuldigung, ich verstehe nicht. Magst du auch ein Hauptgeschwarte? Ah, was? Please, call me Captain Blueberry. Okay. Gibt es etwa ein Problem? Ja, lasst uns nicht rein, nur weil wir mit Ehe geschrieben werden. Ach Himbeere, wenn ich mit dir beieinander bin, dann bin ich gar nicht mehr so sauer. Dann lass uns doch ein Smoothie machen. Hey, Security! Gar keine Scheiße, Beerenparty. Und schon gleich gar nichts, das sind Kümmel wie die. So, der eine soll da ziehen, die wollten auch da vorbeikommen. Ja, und dies ist nun mal spät. Ich hab mir gedacht, das ist eine Party für aromatische Beeren. Was wollen denn das alte Weinbärle da? Bärige Party, oder? Jetzt hab ich einen Korb gekriegt. Da kommt jemand aus dem Wald, da wird nicht geschrieben. Bär ist Bär und fertig. Und wenn du dich jetzt nicht schleuchst, dann mache ich einen Bärendreck aus dir. Pass auf. Wir kommen wiederum. Was sind wir? Was sind wir? Was sind wir? Was sind wir? Was ist es! Was sind wir? Ich bin so nett. Ich bin so nett. Ich bin so nett. Ich bin so nett. Wer bist denn du? Ich bin die Preistenbeere. Und mit wem hab ich das vergnügt? Ich bin der Bärwurz. Ich bin der Bärwurz. Ah! Corona! Scheiße Corona! Corona ist überall! Na doch! Ihr darf nicht dabei sein! Ich bin der Bärwurz. Ich bin der Bärwurz. Mein Mexiko Ich bin der Bärwurz. 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 Untertitelung des ZDF, 2020